Als Unternehmer kann ich nicht immer die Dinge tun, die ich will, sondern ich muss oft auch die Dinge tun, die erforderlich sind. Und wer heute der Ansicht ist, dass Online-Marketing nicht erforderlich ist, dann wird er vielleicht nicht unbedingt irgendwann eingehen als Betrieb, weil es gibt ja viele, die überleben auch ohne, aber er wird definitiv nicht wachsen. Er, sie. Er, sie.